Moin moin meine lieben Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Fabi und ich habe mir was richtig Gutes zugelegt und zwar eine MetaQuest 3, also eine VR-Brille. Und das Ganze werden wir heute mal mit dem Steam Deck oder den Asus ROG LIX verbinden. Und ich zeige euch, wie cool und wie einfach das Ganze ist. Also ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Gleich vorab, ich werde noch mal ein Review-Video bringen zu der Asus MetaQuest 3. Das ist einfach genial. Also das muss ich mal sagen, das Flash ohne Ende. Das macht richtig Spaß. Und wie können wir das Ganze jetzt einfach verbinden hiermit? Naja, es gibt eine kabellose Möglichkeit. Dazu mache ich nochmal ein separates Video, weil das ist über Steam Deck nicht ganz so trivial. Momentan über einen Asus ROG LIX ist es wesentlich einfacher oder generell ein PC handelt. Also wir machen ja heute mal einfach mal, zeige ich euch mal die Kabelverbindung. Und das ist eigentlich ganz easy. Ihr braucht da nur dazu zwei, drei Sachen. Zwei Sachen eigentlich letzten Endes. Letzten Endes braucht ihr nur eine günstige Capture Card. Die muss plattenplayfähig sein. Also meine Elgato 60X oder S, die schafft es nicht. Ja, ihr braucht eigentlich letzten Endes nur eine günstige Capture Card. So haltet ich hier meine Kamera. Plug and Play kostet 20 Euro bei Amazon. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und letzten Endes noch ein USB-C HDMI Adapter. Hier sieht man natürlich nicht viel auf der Verpackung. Aber letzten Endes ist das nichts anderes als so ein Kabel hier. Auf der einen Seite HDMI, auf der anderen Seite USB-C. Und das Ganze können wir dann verbinden mit der MetaQuest 3. Und zwar über die App HDMI Link. Die wird offiziell von MetaQuest zur Verfügung gestellt. Findet ihr dort im Store. Einfach herunterladen. Alle Berechtigungen aktivieren. Und ihr solltet auf jeden Fall beim Steam Deck das Ganze einstellen auf 1280x720 und 60 FPS die Sekunde. Weil sonst gibt es dann so ein paar Ruckler. Sieht aber immer noch grandios aus, wie ihr hier im Video sieht. Und beim ASUS AWG LIX war das Problem, dass das Ganze am Anfang mit Full HD ein bisschen geruckelt hat. Dann habe ich aber später wieder umgestellt auf Full HD und es lief einfach ruckelfrei. Also total easy Lösung. Ihr könnt also eure MetaQuest 3 verbinden mit dem Steam Deck oder mit dem ASUS AWG LIX oder anderen PC-Enders. Wie gesagt, ganz easy für knapp, ich sag mal 30 Euro. Und grandios aus. Klar, ihr habt keine VR-Darstellung in der Hinsicht. Aber das Ganze sieht aus wie auf einer großen Leinwand. Und selbst bei 720p sieht man auch grandios aus und macht einfach riesig Freude. Also, so einfach geht es. Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich nur Danke fürs Einschalten. Und once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.